Vielen Dank, Freunde! Vielen Dank, Freunde! Es war uns wirklich ein großes Vergnügen, heute hier zu spielen. Und wenn wir uns was wünschen dürfen, dann, dass es wieder zur Tradition wird, dass wir auch nächstes Jahr wieder hier an dieser Stelle für euch spielen dürfen. Also die, die das organisieren, stehen hinten. Vielleicht könnt ihr mal ganz kurz. Das sollte jetzt nicht ein Hinweis sein. Und dann wollen wir natürlich nochmal unsere Einladung wiederholen. Am 1. November, 25 Jahre Firebird mit Rockestra in eurer wunderbaren Stadthalle. Also kommt vorbei, es würde uns freuen, viele von euch zu sehen. Wir sagen Daumen hoch für diesen herrlichen Nachmittag. Bleibt so, wie ihr seid, vor allen Dingen gesund. Und damit ihr morgen früh noch wisst, wer heute Abend für euch gespielt hat, zum Beispiel um sechs, wenn der Wecker klingelt, dann möchte ich jetzt die Bandnummer vorstellen für euch. Immer bei den Firebirds am Schneeweiß-Piano, Mr. Boogie Boogie, Alexander Tastetal. An den Rock'n'Roll-Gitarre, Rusty Fun Friday. An den Saxophonen, Henning Plankel. An den Bass, Konrad Schöpe. Und an den Drums, Guido Gänsel. So Freunde, und jetzt machen wir einen Deal. Die Frage stellt sich ja, wie lange spielen wir jetzt noch für euch? Und ihr habt es selber in der Hand. Wir wollen jetzt gleich nochmal eure herrlichen Stimmen hören. Und wenn ihr dabei laut seid, dann spielen wir noch einen Song. Seid ihr sehr laut, dann spielen wir zwei Songs. Seid ihr tierisch laut, dann werden es vielleicht sogar drei. Und wenn ihr komplett ausrastet, dann spielen wir durch bis morgen früh. Und singen Pumps-Wallera. Also, wir wollen mal gucken, wie es aussieht, ob ihr noch Kraft habt. Also Freunde, ein letztes Mal für heute Abend. Wo seid ihr?